moin leute was geht herzlich willkommen auf meinem kanal zurück wir haben heute eine mega geile folge und zwar habe ich gesehen das habe ich auch letztes jahr schon mal bei black ops 4 so gemacht moin leute was geht herzlich willkommen auf meinem kanal zurück ihr kennt es mit sicherheit aus dem letzten jahr ich habe im letzten jahr bei black ops 4 damit angefangen eine serie zu machen die einige andere schon vorher gemacht haben wo man sich immer wieder jede woche neue ideen raus sammeln kann und diese serie ist im prinzip cod mythbusters das heißt ihr schickt mir in den kommentaren unten bei twitter per instagram per brieftaube ein vorschlag für mythos wo ihr in modern warfare wissen wollt ist das wahr oder ist es nicht wahr kann man eine granate mit der pistole kaputt machen oder explodieren lassen während man sie wirft oder während man sie in die luft wirft sie rollt sonst was es gibt da hunderte sachen die man ausprobieren kann jedes jahr ich habe das letztes jahr fünf folgen lang gemacht und diese fünf folgen hatten über 200.000 aufrufe insgesamt das kam gut an ich warte dabei immer so zwei wochen bis ich ein paar sachen noch ausprobiert habe das ganze habe ich jetzt wieder für euch ausprobiert das heißt wenn ihr das heutige video feiert ihr könnt das gerne jetzt machen das wäre ehrenhaft von euch dafür gibt es auch ein bisschen asmr wartet diese stelle musste leider zensiert werden wenn ihr das ganze feiert könnt ihr gern jetzt schon like da lassen die folge wird euch mit sicherheit zum teil überraschen zum teil verwundern zum teil zum schmunzeln bringen ich musste während ich das minions aufgenommen habe dicken gruß geht raus an sharky und ratten karl beide kanäle ganz oben in der beschreibung verlinkt zwei aus meinem clan wir haben das zusammen aufgenommen wir mussten wirklich viel lachen und waren bei einigen dingen echt erschrocken wie es funktioniert ihr werdet sehen ob stimmt oder nicht und ihr könnt eure lieblingssachen unten reinschreiben ich würde mich über ein neues abo und ein like für das heutige video auf jeden fall freuen ich bin raus habt ganz viel spaß damit ich werde euch währenddessen auch nicht folgen dass ihr es genießen könnt und bis morgen jetzt komme ich an dir nicht vorbei doch ich kann durch dich durch das durchdringen ja lass mich durch für die schlagen du kommst wirklich durch wenn du dich durch quengelt ja man kann sich durch quengeln hier muss zu der seite wo er nicht steht also wo ein bisschen größere lücke ist da kommst du einfach durch ja weil du ein schild hast guck mal ich kommt ich kam eben durch jetzt komme ich auch nicht mehr durch okay so stehe ich denn richtig ich mache das schwer jetzt ist hier dicht und hier ich habe so ich habe so die drohne ist kaputt ja ich stand einfach was davor ich hab ich habe ein bisschen weiter weg mit dem genau ist kai er hat überlebt ich habe überlebt nein aber du musst ich habe ein bisschen tiefer ja ich bin genau an kai dran ja los ja jetzt klappt es schieß mal noch mal auf mich genau schild was ich weiß mein kontroller weg das schild brennt ich weiß ich weiß mein kontroller weg hier brennt alles aber das schild hat noch nicht mal kratzer ich kriegst du ja noch punkte dadurch ne ich krieg 50 punkte pro geschuss ich krieg die ganze zeit punkte ich krieg die ganze zeit punkte doch 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 ganz selber hier ist er Reicht das, wenn ich hier stehen kann? Lass mal, ja, lass mal so. Ja, mir geht die Zeit aus, Martin. Ja, kommt schon. Oh, ich hab was ab. Oh, doch, doch, der wurde getroffen. Ah, das bin ich tot. So. Okay. Ich hab's nicht getroffen. Ich hab's nicht getroffen. Ich hab's nicht getroffen. Nö. Nö. Wie viel hast du noch? Wir haben auch noch einen Cluster schlagen. Ich schneid alles unter mich rein, aber ich... Hau mal rein. Hab ich, hab mich markiert. Schieg mal ein Minimal von dir nach rechts, Minimal. Bisschen noch. Bisschen noch. Jetzt. Trifft es dich? Nein. Da, aber so aus hat's jetzt getroffen. Nein, hat nichts, nichts getroffen. Ne. Okay. Da. Chucky. Ich stehe jetzt. Ich stehe genau drauf. Ich stehe wirklich genau drauf. Ich stehe wirklich genau drauf. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen sie. Es kommt. Hä? Ne. Geht nicht. Du kannst keinen damit töten. Geht nicht. Nein, das funktioniert nicht. Jetzt! Nein, du hast ihn nur geschlagen. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. Alter! Ich hab ihn mir aus der Tone angeguckt. Alter! Okay, also das Schild wird auf jeden Fall zerberstet, wenn... Aber ich denke immer, du musst ja schon H genau das Schild treffen und das ist... Ich denke nicht. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. Oha! Loh, er hat überlegt! Das kann nicht sein! Ja, das ist falsch gegangen. Oha! Falt die weit ab! Man sieht die nicht. Hier liegen zu viele Leichen schon. Hier kann man nicht kaputt machen. Okay. Los! Fliegt! Und sie landet! Uh! Oha! 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 Hallo! Oha! Ich habe noch Angst!